Die rote Linie ist für viele Menschen überschritten. Da gehen sie auf die Straße. Mit vielen Transparenten ziehen die Maßnahmengegner jeden Samstag durch die Freiburger Innenstadt. Auch am Samstag, den 26. März, trafen sich die Teilnehmenden wieder auf dem Platz der alten Synagoge. Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Die Polizeieinsatzleitung hat mir gerade verkündet, dass sie mit diesem Zustand mit der Einhaltung bzw. mit der Nicht-Einhaltung der Auflagen ganz sogar unzufrieden ist. Wenn sich das nicht ändert, in wenigen Minuten die Versammlung hier übernehmen wird. Ja, bevor das passiert, überlege ich oder werde mich natürlich viel lieber, um Eskalationen zu vermeiden und die Versammlung zu beenden. Aber zuvor möchte ich doch ganz gerne, um Dr. Richter, ganz kurz das Wort erteilen, dass er zum Abschluss noch drei Präsenz sagen kann. Bitte, kein Dr. Richter. Liebe Freunde der Freiheit, es ist so gut, Sie hier zu sehen. Es ist gut, dass sich in Freiburg, in der Burg der Freien, die Freien sich versammeln. Dort, wo die Freien zusammenhalten, dort herrscht ein Schutz. Und dort, wo der äußere Feind versucht, diesen Schutz zu durchbrechen, werden wir Widerstand leisten. Ausgerechnet, ausgerechnet sechs Tage nach dem Freedom Day, ausgerechnet sechs Tage vor dem Fall der Masken, will diese Polizei, will dieses Ordnungsamt uns das Symbol der Sklaverei erneut aufnötigen. Dieses äußere Zeichen, das Folterinstrument, das uns Antlitz und Atem nimmt, das ist das ultimative Zeichen der Knechtschaft, weswegen dieses Pakt, diese Mörderbande mit Klauen und Zähnen an diesem Symbol festzählt. Wir weigern uns! Es kann kein staatliches Recht geben, die einzelnen Menschen zu foltern, in ihrem Atem zu behindern, sie ihres Antlitzes und ihrer Würde zu berauben. Das kann kein Recht sein und dagegen stehen wir unwiderruflich auf. Nachdem auch der Aufforderung des Versammlungsleiters die Maskentragepflicht zu beachten nicht nachgekommen wurde, wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter um ca. 14.35 Uhr beendet. Im Anschluss verließen zahlreiche Gruppen den Platz der alten Synagoge in unterschiedliche Richtungen. Auch bildeten sich im weiteren Verlauf Gruppen von 50 bis 500 Teilnehmenden. Um 15.45 Uhr wurde ein Aufzug mit ca. 500 Teilnehmenden von der Polizei aufgelöst und der Altstadt verwiesen. Um 16.30 Uhr schlossen sich am Europaplatz erneut mehrere Gruppen zu einem Aufzug zusammen. Noch bevor dieser Aufzug von der Polizei aufgelöst werden konnte, verteilten sich die Teilnehmenden in unterschiedliche Richtungen. Gegen 17.25 Uhr waren keine Gruppierungen mehr in der Freiburger Innenstadt festzustellen. Beim Versuch zweier Personen eine Polizeikette zu durchbrechen, wurden drei Polizeibeamte verletzt. Die beiden Personen, die hierbei ebenfalls verletzt wurden, gelangen zur Anzeige. Ein ausführlicher Videobeitrag über diesen Polizeieinsatz folgt in Kürze. Verschuss, Verschuss, Verschuss! Reden in der Ukraine und Faschismus in Deutschland! Reden in der Ukraine und Faschismus in Deutschland! Reden in der Ukraine, unter den cocoaingten Regierung, den Hof rooft Freddie Mackey,